So, Kollege, du bist auf meinem Kanal gelandet, herzlichen Glückwunsch, dann hast du Haarausfall. Aber ich sagte, denen können wir Abhilfe schaffen. Ich selber sah noch so aus, hier oben einmal zu sehen, jetzt sehe ich so aus. Dieser Kanal, Man Secrets, der behandelt alles über das, was Männer nicht gerne sprechen. Wir gehen die Haartransplantation an, ich habe über 80 Videos nur über die Haartransplantation online. Und ich sage euch, diese Haartransplantation ist echt bezahlbar. Wir machen Augenlidstraffung, Tränensackentfernung, Fettabsaugung, alles Dinge, über die Männer nicht reden. Wir lassen die Zähne bleachen und darum handelt dieser Kanal. Also, wenn du noch kein Abo hast, mach das Abo an, mach meinetwegen auch die Glocke an, aber das brauchst du nicht. Aber guck ab und zu mal auf meinem Kanal vorbei, das ist super interessant. Lass uns mal gemeinsam deine Glatze bekämpfen, damit du auch wieder so schönes Haar hast, volles Haar hast. Freund, bleib am Kanal, ich zähl auf dich.